So, wir sind, es sind zwei Leute vom GHG-Clan drin in unterschiedlichen Teams. Perfekt, Bro. Leute, ganz kurz zu Beginn von dem Video. Äh, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch. Und auf meinem Instagram und auf meinem Twitter, das ist alles damit unten verlinkt und lasst... Folgt mir unbedingt auf Twitch. High-quality-Content. Hast du jemals auf Twitch gestreamt? Stopp einmal. Ja, Links dazu sind, äh, in der Description. Mich freuen. Danke. Ach, lol, du kannst Kruki-Blöcke jetzt direkt einzahlen, das ist geil. Ich werde mich wahrscheinlich aber nie dran gewöhnen können. Ich muss eigentlich ein anderes Texture Pack machen, weil das ist absolut scheiße für Kruki. Na dann, Tim, wie geht's dir so? Ich bin noch ein bisschen müde. Arbeit macht Launa. Äh, ist ein Cookie Rain. Genau, bei Geld. Und ja, die Geld hat sich einfach schon für Rüstung gekauft und der kriegt halt auf wie eine Null-Knockback, so ein scheiß BRC-Club. Okay, der Kill-Sound ist immer noch geil in dem Texture Pack. Weil man muss erstmal der Fernsektal Leute sagen, dass eigentlich alle Packs von Poichi immer abgegangen sind. Schaut mich bei dir auch so, dass dieser Gold- und Eisen-Counter noch weiterläuft? Bei mir verpackt er sich meistens mitten in der Runde. Das wird auch still. Und, äh... Erre genommen! Witten in der Runde sowohl bei BRC als auch bei... bei den Mods. Dann würde ich einfach mal BRC dafür die Schuld geben. Ja, mich auch. Ist das doch schon mal geklärt, zu sehr? Irgendwann angefangen, wo ich mir gesagt hab, ich fuck's ab, dass die alle ne 50er-Range haben. Hab ich mir gesagt... Ach so, weil Bypassed? Ja. Ja, BRC Bypassed war aber auch absolut, äh... Retarded. Ja, ist einfach lächerlich. Also das, das, das hab ich auch noch nie verstanden, warum damals BRC gebypassed wurde. Ich hab, ich hab ja mit Brian auf der Gamescom ein bisschen gelabert. Der sagt selber, er sagt selber, BRC plus Vape passt. Kein Ding. Wart mich nicht, wir haben andere Probleme wegen dem ganzen Investition. Weil BRC plus, ähm, Vape, geht, geht. So, Top 3 auch noch. Los. Hält doch dann mal 40%, aber ich griefe mal ne Runde. Äh, kannst mal schauen, ob die blauen schon irgendwas im Turm haben? Ja, die haben genau nichts. Oh, das, das find ich sympathisch. So ungefähr so viel wie Jan im Kopf, ne? Ja. Ja, aber die, die Grünen sind auch lost. Ich hab den, die hatten locker 40% Turm oder sowas. Ich hab den, fast den kompletten Tower weggegrült. Der kommt wieder an. Äh, der gibt mir im Sprung, der hielt um die Ecke. Ich bin auf den, auf den Grün Turm drauf. Nice. Jetzt baut Grün ihren eigenen Turm auf, damit sie zu mir hoch haben. Ich meine, die Waffe gibt es mir. Das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. GG. Möcht mal anmerken, dass die Runde von Fistosatus präsentiert, oder? Ey, kannst du dich ein einziges Mal vernünftig für ne Up-Mod hinstellen? Perfekt, Digga. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch, auf meinem Instagram und auf meinem Twitter. Links dazu sind in der Description unten. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat, äh, lasst ein Like aufs Video da, schreibt mal einen netten Kommentar. Tim, deine Meinung? Bartwurst. Alles klar, Digga. Da kann ich dir an sich erst mal nur Unrecht geben. Na dann, bis dahin. Ciao. Ciao. Tim, du darfst auch noch Tschüss sagen. Nö. Gute Nacht. Willst du vielleicht noch Tschüss sagen? Nein. Wenn du willst, darfst du auch noch Tschüss sagen. Kann auch einfach gehen. Ja, top. Dann ist das ja geklärt. Abonniert... Äh... Ach. Sprachenlern-Bobble, meine Fresse. ... ...